Ich fahr, ich fahr Äh Kalt Wiener dabei Was ist los? 3-0 Bayern Den wir spielen? Äh, ernsthaft 37.8 86.8 Wenn sie können, oder? Was? Semi-professionell 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 Was musst du denn machen, um dich zu qualifizieren? Im Zweikampf 3-32 Wie würdest du das aufteilen? Also geplant sind 150 3-32 Je nachdem wie ich dann im Reißen halt gut oder schlecht hebe Ein bisschen mehr machen Und du machst noch Standstoßen? Immer noch? Ich muss noch Standstoßen machen, weil ich auch immer noch nicht Ausfall trainiert habe Ich glaube, wenn ich jetzt ganz spontan Ausfall machen würde Das würde nicht so gut sein Ich weiß nicht, was meine Schule dazu sagen würde Ja, okay Also lieber auf Nummer sicher den Standstoßen nochmal Gucken, was du rausballerst Das wird ein ganz schönes Brett Ja Also 182 Standstoßen Wird spannend Das ist ein ganz schönes Brett Spannungsči Spannende 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 Musik 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 et Jean Das war's. Ja, das wird hier noch spiel, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Bravo! Was macht's? Komm, zeig, was du drauf hast. 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 Hey, 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 hey. Was machst du die Leute gerne вместе? 1,42. 1,50. 2,50. ... Das war's. 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 Das war's.